Die Lieben können es dir nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streichleinheiten. Sorge dich für dein Wohlbefinden bitte. Du und deine Mitmenschen mögen die Woche mit Schwung und Alarm beginnen. Du sollst dich vermehrt den kleinen alltäglichen Dingen widmen. Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Taten. Damit kannst du dich durchsetzen, ein hohes Arbeitspensum bewältigen oder eine sportliche Leistung vollbringen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal.